Servus, grüßt euch und hallo liebe YouTube Community, ich hoffe euch geht es gut soweit und heiße euch heute mal recht herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. In der Beschreibung habt ihr es auch bestimmt schon gelesen, es dreht sich heute mal um den Giro Chamber 2 und zwar ist das ein Klickschuh. Ich selber, ich bin noch nie Klickschuh gefahren, ich werde das jetzt mal ausprobieren. Wie der Schuh so ist, was der Schuh kann, das will ich euch jetzt mal zeigen. Viel Spaß bei dem jetzigen Video mit dem Giro Chamber 2 Schuh. Der Giro Chamber 2. Geh doch. Da ist das Ding. Sieht der nicht schon mal ziemlich geil aus von der Farbe? Was natürlich schon mal super auffällt, ist die Sohle von dem Schuh. Vibram Mega Grip Gummisohle nennt Giro. Diese Sohle soll einen sehr sehr hohen Grip versprechen. Es ist ein klassischer Schnürschuh. Wir haben hier noch unseren klassischen Klettriemen, wo wir unsere Schnürsenkel ordentlich aufräumen können, fixieren können, ohne dass die uns dann im Weg sind, wenn wir radeln oder dass dann eben auch mal die Bindung aufgeht an dem Schnürsenkel und somit sind wir dadurch auch schon mal gut abgesichert. Ich glaube der Klettverschluss, der könnte auch recht lang halten, wie das aussieht. Nasse Füße wollen wir alle nicht wirklich beim Biken haben, deswegen hat Giro dem Schuh eine wasserfeste Oberfläche verpasst und zwar ist das ein Mikrofasermaterial, was ziemlich wasserabweisend sein soll. Laut Hersteller soll der Schuh eine verbesserte Tree Mode Construction haben, was so viel wie bedeutet, dass ihr dadurch eine optimale Steifigkeit im Endeffekt erhaltet, die Flexibilität eures Fußes ist dadurch ein bisschen besser gewährleistet, ihr habt einen sicheren Halt und auch beim Uphilltreten hat der eine recht hohe Komfortzone, die er uns dann bietet. Der Innenschuh ist auch laut Hersteller verbessert worden durch eine Tree Mode Konstruktion, was so viel wie bedeutet, ihr erhaltet durch diese neue Konstruktion eine optimale Steifigkeit, ihr könnt eurem Fuß dadurch eine bessere Flexibilität geben und soll im Allgemeinen besser zu tragen sein und mehr Komfort bieten. Ist doch schon mal eine coole Sache. Was natürlich auch super wichtig ist beim Enduro Fahren, wir haben hier einen verstärkten Zehenbereich und einen verstärkten Fersenbereich, der unseren Stinkefuß vor diversen Stürzen und vor härteren Impacts auch noch mal schützt. Ich feiere so dieses Sohlenprofil Leute. Ganz wichtig hier auch, wir haben einen dreifach vorgeformen SPD kompatiblen Schaft, der mit 10 mm Rückschlag ausgestattet ist und ihr könnt somit dann auch noch mal die Klickposition für euch noch mal individuell ein bisschen einstellen. Der Hersteller sagt uns hier 630 Gramm soll ein Pärchen von diesem Schuh hier wiegen und ich finde 630 Gramm geht für den Klickschuh völlig in Ordnung. Ein dreifacher Riemenverschluss und verstärkte Nähte runden das ganze Programm dann auch noch mal ab. Vom Ersteindruck muss ich sagen, sieht ja eigentlich schon mal recht ordentlich verarbeitet aus. Auch die Sohle ist sehr interessant. Ich finde sie von der Haptik her, wenn ich die jetzt so ein bisschen antatsche, ja recht klebrig. Was mir sehr gut gefällt, es gibt auch neue Mountainbike Schuhe, die sind von der Sohle nicht ansatzweise so klebrig, wenn man die mal auspackt wie bei dem Schuh jetzt, was ich auch schon mal ganz interessant finde. Des Weiteren ist noch zu sagen, ich habe den in ganz normal 43 für mich bestellt. Ihr braucht den Schuh nicht in der Nummer größer oder kleiner bestellen, fallen ziemlich regulär aus. Also habt ihr einen normalen Fuß, kauft den dann auch in eurer regulären Größe und ihr müsstet damit eigentlich keine Probleme mit haben. Preislich liegt der Chamber 2 ungefähr bei 130 Euro. Checkt doch einfach mal euren Händler des Vertrauens oder euren Onlineshop des Vertrauens aus. Wie sich der Schuh dann im Endeffekt dann auf dem Fahrrad schlägt, das werden wir sehen. Ich werde da random ein bisschen dann mal berichten von dem Schuh, ob er mir dann wirklich taugt oder nicht. Ihr habt schon mal einen kleinen Einblick gehabt von dem aktuellen Giro Chamber 2. Wenn er euch gefällt, checkt ihn einfach mal ab. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dem jetzigen Video. Wir sehen uns dann auch beim nächsten Video. Hoffe ich doch mal. Ich würde mich freuen, würdet ihr ein Like für mich da lassen oder vielleicht sogar ein Abo. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein und noch einen schicken Abend.